Lulan ist eine archäologische Ausgrabungsstätte in der Wüste El Lopinor in Xinjiang, China. In der Antike war Lulan eine Oasenstadt am nordwestlichen Ufer des Sees El Lopinor, Sitz eines Königreiches und später eine chinesische Garnisonsstadt. Die Stadt lag an der mittleren Route der Seidenstraße und war die letzte Oase vor der Wüste. Lulan liegt im Kreis Gakelik, etwa 230 Kilometer nordöstlich des Sitzes der Kreisregierung. Der Kreis gehört zum mongolischen Autonombezirk Baingolin im autonomen Gebiet Xinjiang. Geschichte Im Nordwesten Chinas begann um das Jahr 200 v. Chr. eine Periode hoher Temperaturen und starker Niederschläge, die bis zum 5. Jahrhundert durch eine Periode anhaltender Trockenheit und Dürre abgelöst wurde. Ab 200 v. Chr. wurden die Flüsse, die ihr Wasser zum El Lopinor hinführten, zu breiten Strömen, die das Salzwasser des Sees El Lopinor entsalzen. Es über das Seeufer schwemmten und große Feuchtgebiete schufen, die landwirtschaftlich genutzt werden konnten. Der Klimawandel führte deshalb ab 200 v. Chr. zu Stadtgründungen in Lulan, Miran, Haetou, Yingpen, Merdek und Kakelik. Unter diesen Städten besaß Lulan mit ihrem Königreich Shenzhen aufgrund der Lage an der mittleren Seidenstraße eine beherrschende Rolle, bis das Königshaus durch das chinesische Kaiserreich entmachtet wurde, das nun selber die Seidenstraße kontrollierte und sie mit Signaltürmen entlang der chinesischen Mauer gegenüber Fälle der Xiongnu absicherte. Aufgabe der Einwohner von Lulan war es, die Reisenden auf der Seidenstraße mit Wasser und Proviant zu versorgen. Lulan, das an einem Flusslauf lag und als Vorposten der Chinesen eine wirtschaftliche Blütezeit erlebte, wurde um 330 zusammen mit weiteren Siedlungen am Kumdaya wegen des Wassermangels aufgegeben. Die Ursache war der beginnende Klimawechsel, der dazu führte, dass die Flussläufe und Flussoasen austrockneten und dass in Lulan von nun an das Süßwasser fehlte, früher wurde vermutet, dass die hier häufigen Erdbeben den Tarin in eine andere Richtung lenkten. Die mittlere Seidenstraße nördlich des Sees El Lopeno war von nun an unbegehbar und die Bevölkerung in der Wüste El Lopeno nahm rapide ab. Die Stadt Lulan wurde erstmals 176 v. Chr. in einem Brief des Xiongnu, Herrschers Maotun Shanyu an den chinesischen Kaiser Wendi erwähnt. Ein Bericht aus dem Jahr 126 v. Chr. über Lulan stammt von dem chinesischen Diplomaten Sengkia, der 139 bis 123 v. Chr. im Auftrag des chinesischen Kaisers Wudi die Seidenstraße erkundete. Er berichtete von einer Stadt mit etwa 14.000 Einwohnern und schrieb. Am 28. März 1900 erreichte der schwedische Forschungsreisende Sven Hedin Lulan. Er entdeckte die Ruinen der 340 pro 310 Meter großen, von einer Mauer umgebenden ehemaligen Königsstadt und späteren chinesischen Garnisonsstadt Lulan mit dem Ziegelgebäude des chinesischen Militärkommandanten. Einen von Sven Hedin Stupa genannten Signalturm der chinesischen Mauer an der Seidenstraße und 19 aus Pappelholz gebauten Wohnhäusern. Anfang März 1901 fand er bei archäologischen Grabungen ein Holzrad, das von einem Pferde gezogenen Karren stammte. Und 276 Schriftdokumente der Jahre 252 bis 310 aus Holz, Papier und Seide, die Aufschlussgaben über die Geschichte der Stadt Lulan. Christoph Baumer fand 1994 etwa 5 Kilometer südlich der Stadt Lulan einen großen ehemaligen Obstgarten. Er schreibt. Vor uns stehen mehr als 20 lange Reihen verdorrter Obstbäume, die aus dem 4. Jahrhundert nach Christus stammen müssen. Chinesische Mauer und Seidenstraße Die mittlere Seidenstraße verlief von Danhuang über Jumenguan auf einer noch nicht genau geklärten Trasse durch. Die Lopenor-Wüste und das verkrustete Seebecken nördlich des Sees Lopenor über die Festungen LJ, Tugeng und LE nach Lulan und von Lulan aus am Nordhufer des damals südlicher verlaufenden Kum Daria und des Kongi über Yingpen an 10 Signaltürmen entlang nach Korla. Dieser mittlere Abschnitt der Seidenstraße wurde etwa von 120 vor Christus bis zum Jahr 330 vorwiegend im Winter benutzt, weil Wasservorräte bei Frost in Form von Eisblöcken transportiert werden konnten. Eine Alternative war ab dem 2. Jahrhundert die nördlichen Seidenstraße. Sie vermiet die gefürchtete Wüste El Lopenor, indem sie vor Danhuang in nordwestlicher Richtung Nachthofen führte. In Kaschka vereinte sie sich mit der südlichen Seidenstraße. Seit der Han-Dynastie sorgten Signaltürme für die Orientierung und Sicherheit der Reisenden an der mittleren Seidenstraße. Ruinen von Signaltürmen der chinesischen Mauer, die die Seidenstraße begleitete, wurden in der Wüste El Lopenor an den folgenden Orten gefunden. In Miran, 45 Kilometer südlich von Lulan, 20 Kilometer nordöstlich von Merdek beim schmalen Fluss am Nord- und Nordwestrand des Sees El Lopenor in Yingpen und von da aus nach Westen am nördlichen Ufer des Kum Dariya und des Konki in dichten Abständen bis Kuala und Chachi. Nach dem Austrocknen des Sees El Lopenor wurde ab 330 die südliche Seidenstraße benutzt. Sie führte von Danhuang südlich des Sees El Lopenor über Miran. Nach Kakelik diese Streckenführung benutzte Marco Polo. Außerdem bestand eine Straße von Miran nach Lulan, die die mittlere und die südliche Seidenstraße verbannt. An dieser Straße stand 45 Kilometer südlich von Lulan die Festung Elka mit den westlich davon gelegenen Siedlungen LLLM und LR. Nördlich von Elka durchlief diese Straße ein Gebiet mit Yadangs. Eine weitere Straße führte möglicherweise von Miran oder Ruokiyang über die Festung Merdek und den schmalen Fluss an dem dortigen Signalturm. Vorbei zu der mittleren Seidenstraße am Fluss Kum Dariya. Expeditionen nach Lulan Folgende Expeditionen führten nach Lulan 1900 bis 1901 Sven Hedin 1905 bis 1906 Ellsworth Huntington 1906 bis 1907 Sir Aurelstein 1908 bis 1909 zu Ijo Tachibana 1910 bis 1911 zu Ijo Tachibana 1914 Sir Aurelstein 1928 bis 1935 chinesisch-schwedische Expedition geleitet von Sven Hedin 1930 bis 1931 Nils Hörner Parker C. 1934 bis 1935 Sven Hedin Parker C. Chen Duang Winpi Volke Bergmann 1979 bis 1981 Forschungsgruppen der Chinesischen Akademie der Wissenschaften 1996 John Herr mit chinesischen Wissenschaftlern Shawproject urg